Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Dein Sarg wird dann auf meinen fallen und du wirst sagen, nein, aber du würdest es denken, wenn du noch sagen und denken könntest. Sie hat doch recht behalten, meine Mutter, aber du wirst es weder sagen noch denken, allein aus Trotz. Ein Widerspruch hat dein Schweigen vom Hals hinaufgeschraubt in den Kopf. Das Recht behalten muss einmal sterben und sein Recht hinterlassen, damit es dann der Nächste hat. Wen hast du, wenn nicht mich? Das ist ein sehr gemütliches Zimmer bei Kerzenschein. Es ist sehr flauschig, fast wie ein Tier. Machen wir eine Versprechung. Dass ich morgen traurig sein werde, hilf und sie verschwinden. Morgen. Morgen ist Mittwoch. Ob traurig oder nicht. Sie sollten nicht verschwinden. Wollen? Nein, 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 Mutter! Bitte um Verzeihung. Guten Abend. Sind Sie Anna? Ich bin Elke. Selbstverständlich. Tolle Wohnung, so viel Teppich und ein Tisch. Lass uns die alle zerhacken. Lass uns ihre Teilchen sinnlos herumwerfen und lachen bei krachender Schwarte. Fisi-Matenten und schwere Trümmer. Die kleineren Teile spüren wir ins Klo. Und wenn das Wasser weich verrauscht, liegen wir uns. Jetzt kriegen Sie die, meine Mutter. So hab ich mich nie ausgedrückt. Ach, du willst, dass ich es mache? Ich weiß nicht. Will ich? Wann hatte ich denn dein Gemahl zum letzten Mal gemalt? Ich mein, weißt du's noch? So quasi, find mir malen. So hab ich mich nicht. Ich bin gespannt. 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 Entspannt euch. Du kannst es genießen oder unterbrechen. Von diesem Moment an stellen die Bühnenwetter einen fliegenden Teppich dar, der sich vom Erdboden losgerissen hat und der vom Süden totgeweht wird. Alle Geschichten blühen auf aus den Leimern der Frauen. Wie rot du bist. Komm, wenn du meinen Schoß geht. Sieht Gott uns zu? Gott sitzt und denkt sich seinen Teil. Was denkt er denn? Das, mein Sohn, geht uns nichts an. Was kommt dieserっと? Okay. Vielen Dank.